Hallo, ich bin die Anna und möchte euch heute zeigen, wie ich diesen romantischen Frühlingslook kreiert habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Als erstes trage ich diese IQ Pure Infinity BB Cream auf. Um ein wirklich ebenmäßiges Bild zu bekommen, trage ich noch ganz wenig Foundation auf dem Pinsel auf und verblende das nochmal mit dem Pinsel. Gerade da, wo man noch mehr Deckkraft braucht, wie unter den Augen. Das ist übrigens die Foundation Brush von IQ. Dann trage ich noch ein Puder auf und zwar von Look by Beepa diese Satin Finish Compact Powder in der Farbe 01 Buff. Das ist die hellste Farbe und dafür verwende ich diesen wunderhübschen rosa-roten Kabuki Pinsel, auch von Look by Beepa. Und das macht richtig Spaß, mit dem etwas aufzutragen, denn der ist super mega weich. Für die Augen werde ich zwei verschiedene Duos von Look by Beepa verwenden. Und zwar einmal Peach und einmal Ivory Fantasy. Die Farbe Peach trage ich am ganzen beweglichen Lid auf, also diese hellere von den beiden Farben. Und dann mache ich mit dem Ivory Fantasy weiter. Da trage ich den hellen Ton noch so als Highlight auf und dann den dunkleren Ton in die Lidfalte. Was natürlich auch auf keinen Fall fehlen darf, ist ein wenig Rouge. Und da verwende ich von IQ diese Blushed Sensation in der Farbe Apricot. Da ist auch so ein kleiner Pinsel dabei, aber ich verwende dafür das Dippling Brush von Look by Beepa. Als Mascara trage ich von IQ diese Endless Lashes Mascara auf. Da finde ich alleine die Verpackung schon wunderschön. Das wäre es mit den Augen. Ich möchte es auch eher dezent halten, denn Ja, ich finde das ist einfach so ein perfekter Alltagslook oder für einen romantischen Spaziergang im Frühling durch den Park. Und es fehlen jetzt nur noch die Lippen. Auf die Lippen trage ich einen Lippenstift von Be Pretty auf. Und zwar ist es die Farbe Rosé. Um die Lippen noch ein wenig voluminöser erscheinen zu lassen, verwende ich auch noch ein Gloss und zwar von Look by Beepa dieses Color Explosion in der Farbe Pearly Nude, also auch passend zum Nude Lippenstift. Das wäre der Look. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Haare und ein paar Accessoires. Diese wunderschöne Kette gibt es als Limited Edition. Die passt meiner Meinung nach auch super zu den Ohrringen. Noch schnell einen Ring um den Finger. Den gibt es auch bei Look by Beepa. Ja, das wäre mein fertiger, romantischer Frühlingslook. Ich hoffe, ihr schminkt ihn mal nach und schaut euch die Produkte an, die es jetzt aktuell bei Beepa gibt. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss! 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 Vielen Dank.